Facelift für VWs Mittelklasse. Der Passat erhält im Sommer 2019 ein umfassendes Update. Vor allem steigern sich die inneren Werte. Passat-Variant, Limousine und der softe SUV-Ableger Alltrack erhalten bessere Assistenten und neues Online-Infotainment. Beim Plug-in-Hybrid Passat GTE erhöht eine neue Batterie die elektrische Reichweite. 1973 fiel der Startschuss für Volkswagens neue Mittelklasse. Seither haben sich acht Generationen prächtig verkauft und dabei auch modische Akzente gesetzt. Pünktlich zum Facelift läuft 2019 der 30-millionste Passat von Band. Das macht ihn zur erfolgreichsten Mittelklasse der Welt. Up-to-date bleiben soll der VW Passat mit überarbeiteten Motoren mehr Infotainment und neuen Assistenzsystemen. Ebenfalls neu sind Matrix-LED- Scheinwerfer. 44 LEDs sind einzeln ansteuerbar. So entsteht ein situationsbedingt angepasster Lichtkegel. Möglichst hell, aber ohne den Gegenverkehr zu blenden. Optimiert wurde das optionale adaptive Fahrwerk. Es soll noch besser Komfort und Sportlichkeit vereinen. Die jetzt serienmäßigen LED-Scheinwerfer prägen das Aussehen einer insgesamt neuen Front. Sie ist stark an die elegante Coupé-Limousine Arteon angelehnt. Am Heck des Facelift Passat fallen größere Auspuff-Endrohre und neue Rücklichter auf. Drei Benzinmotoren und vier Diesel sind jetzt alle Euro 6D tempfähig. Deutlich verbessert hat sich nur der Plug-in-Hybrid-Antrieb im Passat GTE. Die Systemleistung aus Benzin- und Elektroantrieb bleibt zwar bei 218 PS, aber eine größere Batterie verlängert die rein elektrische Reichweite. 55 Kilometer nach neuem WLTP-Zyklus. Sogar 70 nach bisheriger Norm. An einer Haushaltssteckdose hat der GTE nach gut sechs Stunden wieder volle Elektrokraft. An einer Wallbox nach vier Stunden. Bisher waren für den Plug-in-Hybrid rund 45.000 Euro fällig. Die Preise für alle Passat-Varianten nach dem aktuellen Facelift stehen noch nicht fest. Los geht's wohl auch künftig bei rund 32.000 Euro. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020